Das letzte Mal Bayer Duo Snowball. Oh nein, hier ist einer! Lauf, lauf, lauf! Ja, ja, vor dir. Hab ihn. 300 Scrap. Ich hab's eh nicht geimpft. So, ey. Brüder. Komm mit dem Pferd, pass auf, er ist direkt. Einer dead? Lauf. Wistercross, ich kann nicht so den Leichen. Ja, beide, alles gut. Nice. GG stark gespielt. Noch einer? Warte, du. Die von oben fehlen noch. Ich hab die Prototype. Ich geh vor. Ja. Alles okay? Ja, Robin. Da kommt ein Mini. Er landet. Ich hab ihn einmal hit. Einmal hit. Einmal hit. Drei mal hit. Er ist down. Der hat Cargo-Load, Evi. Er hat 100 Pro Cargo-Load. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, ja, ja. Hat er. Er hat Explosive, MP5. Ich hab Ecke. Fuck der Mini, Evi. Was war das denn jetzt? Ich sag dir, ich sag dir, da ist einer gestorben von denen. Ich hab alle. Oh, ich hab alles. Abladen. Wo bist du? Ich auch. Ich hab auch geschmissen. Ich mein, wir können, wenn wir sehen, dass Hayley… Oh, Hayley hast doch was komplett verrücktes Lust. Ja, ich crash Helipad, ich crash Helipad. Der hat nur ein Hesse an. No, mein Hesse. 4 AP, ich bin 4 AP. Halt die Treppe. Halt die Treppe, halt einfach die Treppe. Granate! Er trifft mich instant! Echt jetzt? Mich auch! Mich auch! LOL! Alter! Oh nein, 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 nein! Ich research grad, Ivi! Magst du ihn? Ja, aber der... Ich bin dead! Ich weiß nicht, ob er das Zeug hat Sven! Ja, natürlich auch das! Kannst du ihn killen? Nein, ich bin tot! Ich bin tot! Ich hab Timer 4 Minuten. Ich hab auch Timer. Na gut, wenn man alles verliert in 30 Minuten... Da kommt so ein scheiß Crossy... Oh nein, da liegt noch... Ich hab Python-Cat, warte! Tschüss, tschüss, tschüss! Ich würde trotzdem gleich noch drüben recyceln. Ja, dann lernen wir jetzt rein. Es ist zwei, es ist zwei, es ist komm! Tommy, Tommy auf uns, auf uns! Tommy hat Triple Hits! Ich hab beide! Ich bin dead! Ich bin dead! Nice! Ich hab kein Geld da! Ich schau mal nach... Ja, ja, ja! Ich schau nach Nulli spawn! Jo! Ich hab einfach das Beste und geh' ich... Ich schlute das! Die haben sich instant gekillt! Muss gehen! Ja! Da kommen sie auch schon! Und wo beginnt diese Rust-Story nun? Ja! Genau da, wo die letzte aufgehört hat. Das kann doch nicht sein, Mann! Mich stören mit 100 DBs an! Ja, irgendwie sowas, aber die haben jetzt... Ach! Das... Digga, dieses Spiel... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das... Sorry! Freunde, nimmst mir den Böse... Aber was ist das denn, bitte? Das ist so ein schlechter Scherz! Oh! Oh, Leute! Ich bin grad richtig im Bruch! Also grad bin ich grad richtig... Richtig im Bruch! Das kann doch nicht sein, Mann! Dann haben wir so'n Lack und finden sowas! Dann töten wir noch nen Tommy und dann kommen... Ich schwör, die sind da einfach den Hügel runter! Ich konnte... Der Erste hat mich auf 5 HP geschossen! Wir hatten so viel zusammen und haben alles verloren! Ne? Das ist so krank! Das bricht mir... Das bringt mich schon ein bisschen im Bruch! Ich weiß grad nicht, was ich so... Denken soll, weißt du? Weil jedes Mal, wenn wir irgendwas probieren... Passiert wieder irgendwas Dummes, weißt du? Ja, er hat mich gesehen! Ich bin bad! Mit den ganzen Coms, EW! Ach so! Ja! Oh! Ja, lass noch mal ein bisschen Straße... Supermarkt looten und hoffen, dass wir mal so ein wenig 200 Scrap zusammen bekommen! Würde ich fühlen! Kann doch nicht so schwer sein! Ja! Da kommt was von 120! Ich weiß nicht, ob er zu dieser Base läuft oder auf uns zu! Er schaut uns an! Ja, ich lass ihn näher kommen, okay? Er kommt 120 runter den Berg! Da ist so ne 2x1 und er kommt... Ja, er kommt direkt! Ich glaub, der hat was! Der hat was! Du musst an den Recycler ran! Kannst du den schnell ziehen? Darf ich! Einer Double-Hit! Ich bin absolut run! Einer der! Okay, lass nach hinten abziehen! Wie viel ist es? Ich bin super low! 143! Ja, lass gehen! Lass gehen nach hinten! Lass vorne zur Straße weg! Gott sei Dank! Schwere Geburt! Okay, wir können meinetwegen schon los! Ja, ja! Das sind ja oben die Pitos! Jetzt können wir sie fighten! Weiß noch jemand? Und wenn wir jetzt beide einen Python haben... Weißt du? Dann... Bessere Chance! Ah, da kommt der Tommy von rechts! Tommy! Wahrscheinlich auf die Saar! Hinter der Steinbase, denn! Oh, jetzt ist Big Fight! Jetzt müssen wir noch kurz ein bisschen fahren! Ah, ich seh die! Ich seh die Saar! Lass links hochgehen! Die kriegt jetzt von der Tommy! Wir müssen den letzten Überlebenden killen! Die fighten jetzt ein bisschen! Guck, die Saar ist an der Wall! Siehst du? Links! Ja, und rechts ist die Tommy! Lass die ein bisschen fighten! Dass die ein bisschen low sind! Pass auf! Die Tommy sieht die vielleicht auch! Ich glaub, jetzt kommt noch eine Custom dazu! Oh, er hat verloren! Custom hat... Oh! Die looten gerade! Da ist dead! Aber die Tommy ist doch noch nicht da! Zwei looten gerade! Die kommt... Nein, nein! Das ist ein anderer Spieler! Tommy kommt gerade gerannt! Komm zu mir bitte! Ganz links! Die werden hier hinten hochkommen! Jetzt fighten sie mit dem anderen! Ja! Wer ist dead? Vielleicht können wir looten und dippen! Pass auf, Tommy kommt auch schon! Dead! Auf MP5! Tommy? Dich? Nein! Sehe sie nicht! Wo ist die Tommy? Ich bin hinter dir! Hinter! Oh! Ist tot! Ist tot! Ich hab einfach in die Luft geschossen! Das sind noch mehr Kids, Eevee! Du da! Da kommt ein Naked von unten! Haben noch einen? Der ist voll! Ja! Rot sein! Gehen wir die von, oder? Ich bin voll! Ich auch! Komm mal! Grossier Kid! Lass gehen! Lass gehen! Ja, lass gehen! Ab MP5! Tommy! Was hast du? Äh... Tommy! Ok, weil du gesagt hast, der ist voll! Ja, halt mit! Der hat noch einen Hit drin gehabt! Oh, ist leer! Lauf! 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 Warte, ich geb dir mal die Tommy mit! Hast du ne ne? Ist doch fast safe! Nein, ich bin schon bei der Base! Die beiden gegen Venandos! Hier stelle die von und dann komm ich wieder! Ja, ich muss auch die von, ich hab ne Waffe extra! Genau sowas haben wir jetzt gebraucht! Jetzt haben wir was zum researchen! Jetzt müssen wir bloß 125 Clubs zusammenbekommen! Oh, da sind wieder Tommys! Wir sollten gleich wieder hingehen! Ok! Ja, wir müssen da jetzt versuchen aus diesen Dingen relativ viel rauszuziehen! Aber ich hab grad auch ein stabiles Kit! Er lebt immer noch mit vier Heaps! Pfeifen direkt an der Straße! Ich häng noch, ich häng noch ein bisschen fest an der Auto! Wo ist der? Wo ist der? Was? Ich war grad hier an der Straße! Ich seh nichts! Weil da oben kommen die Tommys rein! Richtig um 3,30! Das ist der Crossy! Ah, die müssen da noch sein! Es kommt ein Pferd mit, keine Ahnung was! Er ist sie drauf! Ja, schieß ihn, schießen bitte! Wo ist der? Er kommt gerade auf mich zu! Er ist abgesprungen! Boah, hab ich gewiftet hier! Ich glaube ich hab die Tommys! Wo ist deine Waffe? Der hat doch kein Ravy gehabt! Tommys! Ne, der hat's A gehabt! Ja, der hat's A gehabt! Ich hab Tommys! Äh, du hast die P2 getötet! Der hat's im Impf! Okay, lass die P2! Komm! 3,30! Nomad Hesse! Oder dieser neue Hesse! Irgendein dunkler Hesse! Da grad... Ne, doch nicht grad das Schild! Er ist grad... Ah, da ist er! War das vor mir? 2 Mann! 2 Mann! 2 Mann! 3,20 an der Straße! In den Büschen! Ich kann nicht wollen! Rip my life! Oh, ich hab gewollt! Einer dead! Cool! Das ist noch einer! Relativ close aneinander! Hab sie! Ewe, Maschine! Ewe, Maschine! Ewe, Maschine! Weiß ich doch! Einige darauf verlassen! Verstecke ich mich in der Wall und... Heißt auf! Perfekt! Gleich wieder die P1! Immer gleich wieder die P1! Die P1! Die P1! Wann der nicht? Ja, das war das gelöst! Ist am Anfang ein bisschen tricky! Und dann machen wir hier an der Doppel hin! Oh, er muss jetzt echt nerven! Ah, ja, klar! Ich schieß! Er hat mich tatsächlich! Pass auf, der hat den Mega-Revolver! Naja, ich hab ihn dreimal gehietet! Der ist eigentlich naked drin! Er ist tot! Jetzt kommt der andere noch! Ja, du bist knocked! Sag das doch! Achso! Hab ich nicht gesagt, ich bin tot! Der andere ist... Mann! Ne, ich dachte, du bist full dead! Der andere ist wegschaut! Bin ich safe, oder? Ja, er ist auf der anderen Seite, aber außen! Also, er sneakt da rum! Ich denke, er will nen Dogcamp ab! Ja! Dann schieß ich ihn gleich mit der DB ins Gesicht! Hier unter mir! Wo hin? Mal Pfeifen! Genau! Pfeifen noch! Blöd, ne? Wenn die Leute genau so sind, ne? Ey, die haben aber... Ey, die haben aber... Ich weiß nicht, ob die weiterbohmen halt, ne? Müssen wir mal abchecken! Pass auf, hinten läuft! Ja! Ja, du Scheiß! Was ist los, Ivi? Ja, der... Boah, Gott, du! Du hast ihn! Ja, es ist oben am Berg und... Ja, ich wusste ja nicht, was los ist! Doch, du bist tot, Ivi! Nein! Der hat Dog gekämpft, das habe ich mir schon wirklich verraten! Beide dead! Komm! Also, es müssten beide dead sein, glaube ich! Der erste bin ich mir nicht ganz sicher! Ich höre selbst... Ne! Er ist noch... Er ist hinter der Base! Ich muss healen! Er läuft hinten weg Richtung Supermarkt! Seh nicht! Ah, hab ihn! Oh! Fuck! Hab ihn, hab ihn, hab ihn! So ne Scheiße! Danke! Aus meiner Waffe hin! Gleich weiter vorne! Hier nehm' die Tommy! Ja! Bist du dead? Ja! Was hattest du? Direkt vor der Double... Äh, Tommy! Sind die wieder! Der ist alles, was du kannst, Mate! Nothin' mehr! 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 Ich werde... Er ist oben! Oh, ist das? Nothin' mehr! Nothin' mehr! Nothin' mehr! Nothin' mehr! Nothin' mehr! Nothin' mehr! Da kommt was gerannt von weiter oben. Aber der Zombie ist hinter mir! Von wo weiter oben? Äh, 300! 300! Ja, ja! Der hat was in der Hand! ist tot ich bin fast tot ich brauche Hilfe dringend ich habe ihn double hit da kommt ein naked der ist tot da ist noch einer irgendwo ich glaube du hattest ihn tot er ist tot ich glaube du hattest die Tommy dead kann sein ja du hattest ihn tot boah er hat einen großen Backpack er war oben im Dome ja doch der Garage ist noch ein guter Print oder sagen wir es anders ein vernünftiger ich muss gerade noch die letzten Kisten irgendwie rein quetschen was meine neue Idee Ivi macht jetzt die Zahnarztpraxis auf und ich mache Hausmann aber so mit Schürze und mit allem safe ich schaue mir jeden Tag Kochsendungen an um dir das Neueste zu kredenzen ja nice hier sind sie noch platziert Öfen können wir morgen gleich in der Früh voll machen und dann schauen wir mal dass wir morgen an Highloot kommen dass wir das ganze ein bisschen pushen und wir brauchen dringend Scrap wir bräuchten noch so viel Scrap jetzt unmenschlich lieber Livechat vielen Dank für euren Support vielen Dank für die ganzen Subs Follows ähm etc pp ich wünsche euch eine angenehme Nacht wo ich hau jetzt ab ich muss echt schlafen bin sauttotmüde Dankeschön dass ihr den ganzen Abend mit dabei wart bis wir uns morgen wieder in der alter Frische ciao ciao